Die weiteren Einsatzmaßnahmen beschränken sich darauf, einmal den Bereich hier zu sichern. Wir haben also großräumig das gesamte Bürgergelände hier am Nordsternpark absperren lassen durch die Polizei und den kommunalen Ordnungsdienst, um einfach zu verhindern, dass Schaulustige hier eintreten und wir entsprechend ruhig und geordnet arbeiten können, nicht gestört werden. Weiter hinaus über den eigentlichen unmittelbaren Bereich besteht momentan keine Gefahr für die Bevölkerung, auch nicht durch austretende Gase. Das heißt, diese Gase setzen sich in das weitere Stadtgebiet vor. Sie sind also sehr stark auf diesen eigentlichen Bereich des Gebäudes beschränkt. Wir haben keinerlei Rauchentwicklung, wir haben bis jetzt immer nur rein CO-Messungen und wir werden sehen, was die weiteren Messungen und genauen Definitionen des Gases gibt.